Ich selber bin begeisterter Motorsägen-Sammler und auch Motorsägen-Schneider. Ich selber habe eine Sammlung von ca. 50 Stilmotors an daheim angefangen von all die zwei Massen aus den 40er Jahren bis auf hin zu den neugesten Modellen. Die Schnittlänge habe ich angefangen von 30 cm bis auf 15,50 m mit und ohne Zusatzhandgriff. Wir wollen da heute mit der Stil MS auf 80 gestein, mit der Stil MS für 41 und mit einem ganz seltenen alten Stil 90G, die früher hauptsächlich mit ihrer Getriebeuntersetzung für Tropenholz in Urwald ausgelegt war. Aber mir taugt es heute, dass wir nicht in Urwald fahren brauchen, um so einen großen Argen und so einen großen Baum zu schneiden, sondern wir haben sowas auch bei uns da in der Region, in der Steiermark. Und ich bin stolz darauf, dass ich eine soe Drumbaum heute selber da voneinander schneiden darf. Ich bin schon gespannt, wie das geht, aber mit einem ordentlichen Werkzeug geht das sicher super. Ich bin schon gespannt, wie das geht. So, das Blauch hat man jetzt zweimal voneinander geschnitten. Und das ist besser gegangen, als was ich mir gedacht habe. Das ist wirklich ein sauberer, platter, gerader Schnitt geworden. Die Stil hat die Arbeit wirklich gut gemacht, aber den Rest, den lassen wir jetzt den Baum zu selber. Die Stil hat die Arbeit wirklich gut gemacht. Die Stil hat die Arbeit wirklich gut gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 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 2017 Ich denke, das ist fantastisch, um diese Bewusstsein zu generieren. Ich denke, das ist fantastisch, um diese Bewusstsein zu generieren. Ich denke, das ist fantastisch, um diese Bewusstsein zu generieren. Ich denke, das ist fantastisch, um diese Bewusstsein zu generieren. Ich denke, das ist fantastisch, um diese Bewusstsein zu generieren. Ich denke, das ist fantastisch, um diese Bewusstsein zu generieren. Ich denke, das ist fantastisch, um diese Bewusstsein zu generieren. Ich denke, das ist fantastisch, um diese Bewusstsein zu generieren. Ich denke, das ist fantastisch, um diese Bewusstsein zu generieren. Ich denke, das ist fantastisch, um diese Bewusstsein zu generieren. Ich denke, das ist fantastisch, um diese Bewusstsein zu generieren. Ich denke, das ist fantastisch, um diese Bewusstsein zu generieren. Ich denke, das ist fantastisch, um diese Bewusstsein zu generieren. Ich denke, das ist fantastisch, um diese Bewusstsein zu generieren. Ich denke, das ist fantastisch, um diese Bewusstsein zu generieren. Ich denke, das ist fantastisch, um diese Bewusstsein zu generieren. Ich denke, das ist fantastisch. Ich denke, das ist fantastisch, um diese Bewusstsein zu generieren. Ich denke, das ist alles. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020